So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute unboxen wir die Necron Katakomb, Command Barge. Ja, so ein Kommando Barke. Was ist hier enthalten? Einige Dinge, wie wir hier jetzt gleich sehen. Zum einen haben wir hier die Kleber, dann wie üblich eine Bauanleitung, hier zwei Bases, ein durchsichtiges und ein schwarzes, sowie zwei verschiedene Höhen der Flieger, also Flughöhen sozusagen. Dann haben wir hier einen, zwei, drei Gossrahmen. So, ähm, das wäre der erste Gossrahmen und was hier ist, wie es aussieht, seht ihr einen Flügel, die eine Seite des, äh, der Barke. Und hier dann dementsprechend die andere. Hier haben wir Deko-Element, wahrscheinlich eine Art Lampe und dann diese, ich glaube es sind Goss-Strahler, ich bin mir nicht sicher. Ähm, ich weiss nicht was das ist, kommt hier eine Kugel rein oder so. Ja, dann ein Kopf. Entschuldigung. Hier haben wir zwei Körper, die der Helfer nehme ich mal an. Und ja, da haben wir hier eine Kugel, die ich gesucht habe. Ebenfalls vorhanden sind hier ein Arm und gewisse Deko-Teile. Ja, beim nächsten Gossrahmen haben wir hier dieses, ja, Panzerplatten, sag ich jetzt mal. Das sind diejenigen, die den Rücken des Modells darstellen. Hier der Stab des Kommandanten, des Chefs. Hier nochmals zwei kleinere Kanonen. Das hier wird die Basis sein, nehme ich mal an. Das Grundgerüst, wo dann alles drauf geklebt wird. Hier die Beine der zwei Helfer oder Piloten. Mit den, ähm, Deko-Elementen, aber vielleicht, es könnten eigentlich auch Schilde sein, wenn man es so ansieht. Ja, dann haben wir hier weitere Abdeckungen. Eine, das sind auch irgendwelche Kanonen, denke ich. Ja, und dann hier noch solche Energiekabelstränge oder was auch immer. Hier haben wir jetzt den Flügel von oben, von unten. Mit, mit den Körpern, Händen, dem Körper des Kommandanten. Hier mit einer schönen Weste. Ein, äh, Symbol. Es gehört zu einer Kanone, sage ich jetzt einfach mal die Beine des Kommandanten. Hier noch allerlei Klein-Kram, Kanonen. Sonstiges, was halt alles einfach dazu gehört. So, das ist jetzt auch schon wieder gewesen mit dem Unboxing zu dieser Necron-Barke. Äh, bevor auch Fragen aufkommen. Nein, ich spiele keine Necrons. Ich hatte jetzt einfach die Möglichkeit, das hier zu unboxen und die habe ich halt ergriffen. So. Äh, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.